Musik Wir waren schon bei der letzten Energy in Freeform dabei. Da haben wir unser Produkt das erste Mal auf dem Markt präsentiert und es hat uns ja letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen und wir hatten eine sehr positive Reponanz und deswegen war das für uns gar keine Frage, dass wir auch dieses Jahr wieder dabei sind. Wir verkaufen Palio-Riegel, das sind Rohkostriegel, die sind vegan, glutenfrei, kaltgepresst, in England hergestellt. Es ist ein Markt, wo nicht nur Leute sind, die das wirklich brauchen. Also es gibt manche Leute, die haben einen Hintergrund, die müssen vegan essen oder die müssen zuckerfrei essen, aber sehr viele Leute, für die ist das auch eine Wahl und das ist für uns, so wie wir sehen, fast der größere Teil. Wir bieten frische Brot- und Backwaren an, von Brötchen über Brote bis hin zu Schokoladenmuffins. Alles in unseren glutenfreien Bäckereien in England gebacken und jetzt eben auch hier in Deutschland erhältlich und deswegen sind wir hier auch auf der Freeform-Show. Sehr, sehr viel Feedback zu unseren Produkten. Es ist natürlich toll zu hören, dass wir eine gute Arbeit machen, natürlich wünschen sich dann Konsumenten auch neue Produkte, haben natürlich immer ihre Vorstellungen, was sie gerne haben würden. Das nehmen wir natürlich alles auf, das ist das ehrlichste Feedback, was man haben kann von Endkonsumenten und es ist natürlich toll dann mit denen in Interaktion zu treten. Wir erhoffen uns interessante Kontakte hier auf der Messe, wollen den Kontakt zum Kunden auch pflegen und irgendwie aufrechterhalten. Wir haben jetzt das erste Restaurant in Berlin, das unsere Litza verkauft und wollen die Kunden natürlich auch darauf aufmerksam machen.